Der Preisalarm des Tages. Hallo liebe Zuschauer, Preisalarm des Tages bei Pearl TV. Haben Sie auch schöne Terrasse oder großen Garten oder Balkon, aber immer wenn Sie nicht zu Hause sind, dann haben Sie dieses komisches Gefühl, was passiert jetzt bei mir zu Hause. Aber hier, wir haben unser Angebot. Heute kriegen Sie unsere Pan-Tilt-Akku-Überwachungskamera für 99,99 Euro. Ich bin wirklich begeistert. Für alle, die zu Hause ganz einfach mal für Sicherheit sorgen wollen und gar nicht erst einen Einbrecher quasi aufs Haus ankommen lassen möchten. Wir zeigen Ihnen gelegentlich mal Artikel, unter anderem mittlerweile auch von der Polizei selber, dass die Einbruchsdiebstähle im Jahr 2022 um über 20 Prozent zugenommen haben. Und das ist wirklich eine ganz gewaltige Statistik. Wenn man dann natürlich mal jetzt an den Sommer denkt, man ist dann häufiger im Biergarten, man ist auch mal im Freibad, mal am Baggersee, man hat den Urlaub wahrscheinlich kurz bevor, dann ist das so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Einbruch erlebt hat, wird das bestätigen können. Jemals, wenn jemand, sagen wir mal die Statistik mal, da sehen Sie es im unteren Teil, 21,5 Prozent mehr Wohnungsdiebstähle oder Einbruchdiebstähle im Jahr 2022. Die aktuellen Zahlen aus dem ersten Quartal 2023 stehen noch aus. Aber wenn Sie da jetzt ganz einfach unterwegs sind, mal abends, ja, oder vielleicht wirklich mal eine Woche oder zwei in den Urlaub fahren, möchten Sie vielleicht doch ganz einfach mal zu Hause eine vernünftige Kamera hängen haben. Mein Tipp, tun Sie das kund, holen Sie sich im Baumarkt, die kosten 3, 4 Euro, die Dinger, so ein Schild. Achtung, dieser Bereich wird Video überwacht und hängen Sie die Kamera auf, denn dieser Kamera wird definitiv nichts mehr entgehen. Es ist eins unserer absoluten Premium-Modelle, es ist eine Pan-Tilt-Kamera. Und wenn Diana die Kamera mal festhält, zeige ich mal, was damit gemeint ist. Die lässt sich drehen und schwenken, sehen Sie das? Ja, das macht sie natürlich automatisch. Wenn also hier der Bewegungsmelder eine Bewegung registriert, dann nimmt die Kamera automatisch auf. Denken Sie bitte an den passenden Speicher, den zeigen wir Ihnen gleich auch noch. Und selbstverständlich können Sie ganz einfach auch mal eben über eine sogenannte Push-Nachricht informiert, da haben wir sogar schon eine hier, mal eben in das Live-Bild Ihrer Kamera reinschauen. Wenn die Kamera meldet, und das tut sie hier im oberen Teil, Achtung, motion detected, also Bewegung registriert, dann können Sie ganz einfach mal ins Live-Bild reinschauen, auch mal so ganz einfach, um das gute und das schlechte Gewissen zu beruhigen, mal eben kurz zu Hause nach dem Rechten sehen. Das Ganze natürlich in Full-HD-Auflösung, zack, so kann das aussehen, ja, mit einer brillanten Qualität, Nachtsichtfunktion, das komplette Programm. Also wenn man ganz einfach mal mit einer Kamera für ein gewisses Maß an Sicherheit sorgen möchte, ist das sicherlich genau die richtige. Akku betrieben, vier Monate Stand-by-Zeit des Akkus, also da können Sie mal beruhigen, gewissens mal ein paar Tage länger im Urlaub bleiben und wissen, die Kamera wird also über den Akku auch so immer wieder mit Strom versorgt. Ist alles drin, alles dran, was eine moderne Überwachungskamera braucht, und das für unter 100 Euro, halte ich für den Preis-Alarm des Tages, mal für ein richtig gutes Angebot. Ja, also heute, Sie zahlen für unsere Überwachungskamera 99,99 Euro, obwohl bei Pearl Day haben wir schon einen sehr günstigen Preis, das ist 126 Euro, was finde ich super für solche Qualität, für unser, dieses beruhige Gefühl, ja, also Sie können in Urlaub gehen, Sie können arbeiten, Sie können Ihre Zeit verbringen und Sie müssen nicht denken, oh, was passiert. Auch, was gefällt mir in dieser App, dass du, du kriegst Push-Up-Nachrichten, das bedeutet, du musst nicht immer in die App gehen und gucken, was passiert. Sie kriegen alle Informationen dran. Das ist wirklich sehr gut. Bestellnummer für unsere Pantil-Akku-Bewachungskamera, ZX52-63 und die 569 und nur heute bei Pearl TV, Sie zahlen nur 99,99 Euro. Jetzt haben wir natürlich auch noch einen passenden Speicher, um die ganzen Aufnahmen auch entsprechend zu speichern. Das ist so gut. Dafür braucht man 128 Gigabyte im Maximum und genau eine solche Speicherkarte haben wir hier für Sie. Dadurch, dass wir von Full-HD-Auflösung sprechen dürfen, sollten Sie da bitte auf Qualität achten. Genau die Qualität, die Sie für die Kamera brauchen, bietet Ihnen diese Karte. Also die bitte am besten gleich dazu bestellen für kleines Geld, dann haben Sie ein Komplettpaket, einmal hochladen, aufhängen und dann ist Ihr Objekt doch weitestgehend gesichert. Die Kamera sieht definitiv alles. Also wenn Sie was Schönes vorhaben im Sommer, machen Sie das beruhigt mit einer Kameraüberwachung zu Hause.